Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play, also Let's Play, aber zu einem weiteren Spaß für Zwischenrunden. Äh, nochmal Pro Busters, wenn es euch jetzt mal gefallen hat, würde euch das richtig gut gefallen, wenn heute nicht mit dem Kevin zusammen, der aber nicht lebt. Ganz genau. Ja, genau. Nicht, dass die schon mal gehört hätten. Nö, nein. Nein, so ich sag nur, Let's Play Team Fortress. Scheiße. Hust, hust. Hust, hust. Ja. Äh, wo sind da welche? Eine, aber nur voll wenige gerade. Äh, bei mir ist nur einer. Bei mir sind zwei. Äh, jetzt kommt die alle. Ja, alle zu dir, ist klar. Die kommen alle zu dir, aber die sind alle bei mir gesporen. Ah, gesch... geklaut. Drei Sterne schon mal, jetzt meine Deli. Das ist ja sehr schön. Das ist ja sehr schön. Äh, jetzt schon Super Swamp. Ja. Boah. Wieso hast du jetzt schon Speed gemacht? Da kommt doch noch... Ne. Äh? Ah, da ist... Ah, da ist... No blood! Ah, scheiße! Wir machen gerade Song Survival 7 Waves, äh, zu Swart. Weil keiner anderer auf dem Servers irgendwas spielt. Ja, ich kenne noch. Ja. Schaffst du das? Ach, geht doch. Ah, da ist ein... Ah, da ist Bones. Nicht in Kiosk geschlagen, verdammt. Reicht doch nicht! Ein Ich? Für keine Selbstgespräche. Warte, ich helfe dir mal bei den drei Sparkuss hier. Jetzt? Sorry. Bist du blöd? Ja. Der Schuss... Der Dreifache. Ist doch echt blöd. Du kannst dir eine Aufnahme anschauen. Nicht mir wurscht. Hast du schon Verbrauchung? Muss ich gleich weiter. Ja. Hä? Willst du auch? Der gesprungen halt. Weißt schon, nur hüpfen und so. What the fuck, ich komm da nicht hoch. Haha, ja toll. Hast du einen Doppelsprung? Nee, oder? Nein. Ja, ich schon. Siehste? Ja, dann. Ist ja unfair. Alter, wenn du mir jetzt geklaut hättest, ne? Alter, der TP ist mir der besser. Der Scheiße. Ja, da kann man nicht weit weg. Ja, man kommt dann in diese komischen Tunnel, dann muss man erst wieder raus. Hahaha, im Stall. Ja genau, läuft alle von mir weg. Läuft. Läuft von mir weg, ey. Ja, schieß ruhig. Ja, was? Wo schießen die alle? Ich dachte, du kämpfst gegen die. Schau mal. Ja, gleich super strong aktivieren in der Pause. Ich hab's so gemacht und dann bin ich oben. Alter, was bist du für ein Cheater? Ja, voll Cheater und so. Ja, da komm ich niemals hoch. Aber ich kann nicht in den Mund von dem Dinosaurier springen. Oder ich krieg mir mal durch. Das wär scheiße. Ja, komm meine Freunde. Ey, was ging jetzt zu dir? Ich wollte mich nicht zu mir gehen. Ey, verpiss dich mal. Ey, du bist voll der Schnorrer. Ich weiß. Bäm! Was ging denn dir ab? Ich kann erzählen, dass wir die ganzen Zahlen von den Kills da gekommen sind, ey. Jetzt geh doch mal weg, geh doch zu den anderen 50.000. Meine Fresse. Die schaff ich nicht. Ja, aber dann meine, die schon fast tot sind, ne? Was heißt fast tot? Der war noch gar nicht fast tot. Alter. Vielleicht nicht. Aber alle anderen. Sonic Punk. Ich glaub nicht. Das weiß ich noch, wo wir damals mal gespielt haben. Boah, Alter. Ja, Max. Bist du bescheuert? Ja. Sag mal, schon zweimal und dann machst du schon zweimal hier. Danke. Und? Schau, Max hier wieder gescheatet. Jetzt. Bam, dafür hab ich den Beat. Schau's dir an. Boah, stolz. Jetzt gehst du halt zu deinen. Ey, du fotst mich voll an. Ich hab den jetzt wirklich nicht geschnorrt. Alter. Juck mal. Ich hab den jetzt schon bohnt. Ja, manchmal versteh ich die Welle nicht. Jetzt, ey, verpiss dich ey. Ja, hier sind keine anderen. Jetzt mir wurscht. Jetzt, boh. Da sind doch noch welche jetzt. Ja, jetzt. Ja eben. Ja, gerade nicht. nicht mein pech oder wenn du einfach so gut bist in deiner dreimal so schnell besiegst, wie ich meine ja, da hast du trotzdem schnarrt, oh mein Gott, ein Flatwood ich sie's, pass auf, ich schnarr mir den jetzt gleich doch alter, alter, siehst du, dann kriegt er dann schon wieder zehn, acht Punkte, kriegt er dann schon wieder oh, mag ich cheate ich bräuchte ne king of the kiosk medal hier, ne, eigentlich, aber scheißdruck, bäh wie ein Opfer ich hab noch mal weiter eingehen alter, hast du einen Bones zu mir reingelassen tut mir sehr leid, Max erst mal Killsch, oh scheiße ich verpiss dich jetzt BAM was geht mit dir ab ja, das stürzt ein Flatwood ja toll, zwei Lugnups und auch ein Flatwood und da war ja auch kein Kurzdrück grad jetzt schnarr ich mir auch wieder trotzdem bist du vorne mir wurscht du hast nichts zu schnarrn komm Flatwood hä, wo ist ich ein Flatwood? nein, ich will ein Flatwood das schnarrn das schnarrn ich hab noch mal komm 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 nick komm 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 Alter, 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 Alter. Ihr schlagt doch einfach. Ja, ich mach meine Sonic-Bomb. Die haut's alle weg. Aber ich krieg das. Oh, das ist ein Flatfall, das ist ein Flatfall. Das ist meiner. Geh weg. Geh weg. Ja. Noch einer. Ja. Hahaha, den hab ich gekriegt. Es ist mir wurscht, ich bin trotzdem vorne. Oh yeah, ich hab zwei Sachen gekriegt. Und ich würd sagen, also zwei ist ne kurze Runde. Also dann, Leute. Boah, ich hab First Kill. Sag Tschüss. Ey, ich hab nichts, was ich brauch. Der sagt trotzdem Tschüss. Ja, Tschüss. Tschüss. Tschüss.